Moins und Leute, hier ist ein kurzes Promote-Video und zwar ich promote den Scarranger LP bzw. Dominik, den ihr vielleicht aus Nether kennt. Und er hat ja beim Let's Play von Nether gesagt, er machten ihren eigenen Kanal auf und hat schon ein paar Videos draußen mit The Forest und Nether. Nether mit mir und The Forest alleine. Hat vier Abonnenten, also der Link zu seinem Kanal ist unter der Beschreibung, könnt ihr drauf gehen und kostenlos abonnieren, kostet ja nichts. Ja, er macht für den Anfänger ganz gute Videos. Ja, das war's auch schon mit dem Video, sollte ganz kurz gehen und ja, Link ist unter der Beschreibung, geht auf seinen Kanal, abonniert ihn, schaut seine Videos an, lasst euch viel Spaß und wiedersehen.